Wie haben die Autoren historischer Romane und Science-Fiction-Autoren größere Chancen haben, auf Bestsellerlisten zu kommen? Das ist ein kleiner Übergang zu dem Thema Bestsellerlisten, dass man sich ja auch immer kritisch betrachten muss, weil Bestseller ist ja auch nicht nur, ist einerseits Geschmackssache, aber es steckt dahinter natürlich immer der Markt. Je mehr Markt gemacht wird für ein Buch, desto berühmter in Anführungsstrichen wird es natürlich. Wir waren jetzt kurz auf der Bestsellerliste des Spiegels, die bekannteste in Deutschland. Und zwar haben wir hier, und Sie haben vielleicht auch auf der anderen Seite gesehen, sowohl die Belletristik-Bestenliste als auch die Sachbuch-Bestenliste, jeweils als Radcover und als Taschenbuch. Also wenn jemand sich orientieren will an den Bestenlisten, wenn er das möchte, dann kann man das am besten auch über den Spiegel online machen. Andere Bestenlisten findet man auf der Seite Buchhandel, also außerdem spielt die Liste der Kriminalromane, allerdings nicht wöchentlich, sondern monatlich heraus. Und immer mehr im Trend sind auch, wie auch natürlich sicher in Russland, Hörbücher. Das hängt auch mit den vielen Staus auf der Autobahn zusammen, dann kann man so gut dabei hören, hat eine gute Akustik im Auto. Also immer mehr, vor allem Autofahrer, machen diese Hörbücher. Und es gibt hier entsprechend eben diese Bestsellerliste auch vom hessischen Rundfunk. Alle Listen, außer dem Spiegel online, kann man auch aus dem Sitz-Aktikon suchen. So kann man hier sehen. Vielleicht ganz kurz etwas zur Geschichte der Bestsellerlisten. England hat im Jahre 1925 den Anfang gemacht. Also dort sind in Europa die ersten Bestenlisten entstanden. In Deutschland hat man zwei Jahre später nachgezogen, wie der ersten Bestsellerliste der Zeitschrift Die Literarische Welt. Und wir kennen alle den ersten deutschen Bestseller der Steppenwolf, von Hermann Hesse. Allerdings wurde diese erste Bestenliste gerade in Deutschland nur ein Jahr existiert. Weil man damals noch so schlau war und wusste, dass Bestenlisten zu einer Verengung und Verflachung des geistigen Lebens führen. Also man wusste, dass der Markt stärker ist als der Geschmack. Das hat man damals gewusst, hat die Bestenliste wieder eingestellt. Aber in den 60er Jahren hat natürlich der Markt eine immer größere Rolle gespielt. Auch der Buchmarkt letztendlich. Und deswegen gab es wieder den sogenannten Seller-Teller der Zeitung Die Zeit. Und später kam die Bestsellerliste des Spiegel dazu, die bis jetzt die bedeutendste in Deutschland immer noch ist. Und seit 1975 noch die Bestliste der Literaturkritiker. Also wer etwas Besonderes sich anschauen will, der schaut mal auf diese Bestliste des Südwestrundbruchs. Die findet man auch direkt auf seinem Südwestrundbruch. Also wenn man diese Sachen in Google oder so eingibt, kommt man gut darauf.